Nach den tätlichen Angriffen auf mehrere Politiker am Wochenende haben Vertreter verschiedener Parteien die Striesener Erklärung gegen Gewalt unterzeichnet. Nicht dabei waren Mitglieder der AfD, weil sie ausgeschlossen wurden. Bleibt dran! Breaking Eimer News Hauptauslöser für die Erklärung ist Matthias Ecke, SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, der am Freitagabend in Striesen heftig angegriffen wurde und danach operiert wurde. Ein 17-jähriger Täter hat sich mittlerweile der Polizei gestellt. Die Striesener Erklärung verurteilt Gewalt, fordert gegenseitigen Schutz vor Angriffen durch Gegner der Demokratie und appelliert an einen respektvollen Umgang miteinander. Die Unterzeichner bekunden ihren Willen, hart in der Sache aber verbindlich im Ton zu streiten. Obwohl wir politisch oft nicht übereinstimmen, manchmal sogar inhaltlich gegensätzlich sind, sind wir in dieser Angelegenheit vereint. Deshalb sagen wir, bis hierhin und nicht weiter, heißt es in der Erklärung. Der Angriff auf Matthias Ecke war ein Angriff auf uns alle und auf die Demokratie selbst. Unterzeichnet wurde die Erklärung von Politikern von CDU, SPD, Grünen, FDP und der Linkspartei. Auch Matthias Ecke selbst hat unterschrieben. Die Initiative zur Striesener Erklärung ging von den SPD-Bundestagsabgeordneten Sophie Koch und Rasha Nasser sowie dem Grünen Kasem Tahir Saleh und der gemeinnützigen Organisation Brand New Bundestag aus, die sich für eine überparteiliche Zusammenarbeit einsetzt. Der Geschäftsführer von Brand New Bundestag, Maximilian Oehl, spricht von einem deutlichen Signal aller demokratiebewussten Parteien. Damit meint er offensichtlich nicht die AfD. Denn laut René Engel, der ebenfalls für Brand New Bundestag fungiert, werde eine Unterstützung der Initiative durch AfD-Vertreter nicht akzeptiert. Aber warum eigentlich nicht? Immerhin sind AfD-Politiker diejenigen, die am häufigsten Opfer von Gewaltdelikten werden, wie der Bundestag selbst in einer Statistik bekannt gab. Warum also dürfen AfD-Vertreter eine Erklärung, die sich von gewalttätigen Auseinandersetzungen distanziert, nicht unterstützen? Und was hat das eigentlich mit Demokratie zu tun, wenn die Partei, die laut Umfragen aktuell zweitstärkste Kraft in der Wählergunst ist, mal wieder ausgeschlossen wird? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. So if that says the verb then of noi are. So if that says the터�